Fehmarn ist eine deutsche Ostseeinsel und nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands. Sie liegt im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein. Am 1. Januar 2003 wurde die Stadt Fehmarn durch die Fusion aller damaligen Gemeinden der Insel gebildet. Hauptort und Verwaltungssitz ist Burg auf Fehmarn. Die Insel ist durch Landwirtschaft und Tourismus geprägt. Geografie Fehmarn ist 185 Quadratkilometer groß, verfügt über rund 78 Kilometer Küstenlinie und liegt zwischen Kieler Bucht und Mecklenburger Bucht in der Ostsee. Die Insel ist durch die Fehmarn-Sundbrücke mit der Halbinsel Wagrien verbunden. Auf Fehmarn befinden sich in Staberup der östlichste und in Marienleuchte der nordöstlichste Punkt Schleswig-Holsteins. Marienleuchte bildete zudem von 1949 bis 1990 den nordöstlichsten Punkt der Bundesrepublik und von 1952 bis 1973 der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und ab 1958 auch der EWG. Fehmarn besitzt einige unterschiedliche Küstenlandschaften. Die Nordküste zwischen Markelsdorfer Huck und Puttgarden ist eine dünnen Landschaft mit Nährungshaken und Strandseen. Die Ostküste ist steinig und besitzt eine Cliffküste. Der Südstrand bei Burgtiefe und dem Wulfener Hals sind die südlichsten und weißesten Sandstrände der Insel. Hier ist der Küstenstreifen flach ebenso wie im Westen. Die Insel liegt meist nur wenig über Nhaen. Die höchste Erhebung ist der Hinrichsberg diesem Volk der Wulfener Berg. Der größte Ort der Insel mit rund 6000 Einwohnern ist die ehemalige Stadt Burg. Weitere 8000 leben in den anderen 42 Ortschaften der Insel. Nach Burg sind Landkirchen, das einige Jahrzehnte lang selbst Stadtrecht genoss, und Petersdorf die bedeutendsten Orte der Insel. Auf oder nahe Fehmarn liegen mehrere kleine Inseln, Wader in der Orterrede, Kohlhoffinsel im Bürgerbinnensee, mehrere kleinere Binnenseeinseln in der nördlichen Ziehniederung und bei Wallnau. Fehmarn ist nach Lübeck flächenmäßig die zweitgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Am 1. Januar 2003 fusionierten die Stadt Burg auf Fehmarn und die drei Landgemeinden der Insel. Diese drei Gemeinden Bannesdorf auf Fehmarn, Landkirchen auf Fehmarn und Westfehmarn waren bis dahin als Amt Fehmarn miteinander verbunden gewesen. Seitdem bildet die gesamte Insel die Stadt Fehmarn. Burg Burg auf Fehmarn ist mit etwa 6000 Einwohnern der größte Ort und gleichzeitig das Zentrum der Stadt Fehmarn. Den Mittelpunkt von Burg bildet die um 1230 erbaute Kirche Sankt Nikolai und der zu ihrem Fuße liegende alte Friedhof, der mit alten Linden umpflanzt ist. Die Hauptstraße Burgs ist die breite Straße. Zahlreiche Geschäfte säumen ihre Seiten, die überwiegend in alten Backsteinhäusern untergebracht sind. Westlich der breiten Straße liegt der kopfsteingepflasterte Marktplatz, auf dem jeden Mittwoch ein Markt stattfindet. Dort steht das 1901 erbaute Rathaus mit seiner roten Backsteinfassade und seinen trotzigen Türmchen. Sehenswert ist auch die ebenfalls aus Backsteinen erbaute gotische St. Jürgenkapelle, die ursprünglich zu einem Siechenhaus gehörte. In den Gründerjahren entstanden unter dem damaligen Bürgermeister Lafrenz neue Villenstraßenzüge, so im Südwesten der damaligen Stadt. 1905 wurde in Burg der Bahnhof der Inselbahn eingeweiht, dessen ehemaliges Empfangsgebäude heute ein Restaurant ist. Seit den 1960er Jahren führt Burg das Prädikat eines Heilbades. Burgstaken war der stadteigene Hafen der früheren Stadt, der im Laufe der Zeit versandete. 1886 wurde der Hafen wieder in Stand gesetzt, zusätzlich wurde das Hafenbecken vertieft. Heute ist Burgstaken Anlegestelle für Yachten und Kutter. Burgstaken bietet dem Besucher Restaurants und verschiedene Freizeitangebote. Ereignisreich für Besucher ist der Direktverkauf von frischem Fisch auf den Kuttern sowie ein Besuch in der Fischergenossenschaft Fehmarn, häufig falsch als Fischereigenossenschaft bezeichnet. Burgtiefe ist der Südstrand Fehmarns. Bis in die 1960er Jahre noch eine große Näherung im Südosten der Insel wurde der Ausbau zum Heilbad begonnen. Hier hatte die Witwe Reinhard Heidrichs, Lina Heidrich, gelebt und ein Restaurant mit Ochsengrill betrieben. Heute steht hier das IFA Fehmarn Hotel und Ferienzentrum mit seinen drei von weitem schon sichtbaren Hochhäusern auf der Näherung. Der Strand ist kurabgabepflichtig und erhielt 2003 eine neue Strandpromenade. Dort finden sich die Bade- und Wellenswelt Fehmare, der Yachthafenburg, die für mehrere Gastronomiebetriebe, einige Läden und verschiedene Freizeitangebote. Tedenzorp, Dagenzorp, Tessenmeerstorp, Villa Christiani, Ratermeerstorp, Uteszorp, Kolonistendörfer im Zuge der Ostkolonisation vor 1230 entstandene Bauerndörfer mit zweiseitiger, parallel gegenüberliegender Dorfplatzbebauung mit giebelseitiger, eng aneinanderliegender Gebäudereihung. Kolonisten waren Holländer, Friesen, Westfalen und Holsteiner, Albertsdorf, Altjellingsdorf, Avendorf, Blieschendorf, Bojendorf, Gammendorf, Hohendorf, Mummendorf, Niendorf, Ostermakelsdorf, Petersdorf, Satjellingsdorf, Teschendorf, Todendorf, Wedersdorf, Wenkendorf, Westermakelsdorf, Wulfenneugründungen des 14. Jahrhundertsneuerlingsdorf, Struckampfhafensiedlungen nach 1329 entstandene Orte in unmittelbarer Lage am Meeresraum, mit richtungsloser Dorfanlage, Vorherrschaft nicht bäuerlicher Berufe und ohne Flur. Lemkenhafenort sonstige Bissdorf, Presen und Staberdorf sind entweder Slavengründungen oder Kolonistendörfer. Landkirchen ist ein Kirkhort ohne eigene Flur und entstand um die 1234 erstmals erwähnte Kirche herum. Altenteil, Fehmarnsund, Flüge, Gold, Katharinenhof, Marienleuchte, Neue Tiefe, Westerbergen. Die durchschnittliche Temperatur beträgt 8,3 Grad Celsius, der durchschnittliche Niederschlag 571 mm. Laut deutschem Wetterdienst war Fehmarn 2008 die sonnenreichste Gegend in Deutschland. Natur, einige Säugetiere sind auf Fehmarn nicht zu finden. Hirsch, Wildschwein, Dachs, Eichhörnchen und bis vor wenigen Jahren der Maulwurf ebenso gibt erst keine Schlangen. Auf Fehmarn liegt das Wasservogelreservat Wallnau. Ein rund 300 Hektar großes Areal an der Westküste der Ostseeinsel wurde ab 1975 als Brut- und Schutzstätte für Zugvögel eingerichtet. Das Wasservogelreservat empfängt ganzjährig Besucher und bietet neben einem Informationszentrum mit einer Ausstellung zum Thema Vogelzug auch Beobachtungshütten und ein Naturleerfahrt mit Führungen an. Hier mündet auch die Kopendörfer Au einziger Fluss der Insel. Fehmarn hat folgende Naturschutzgebiete. Grünerbrink, Krummstert, Wasservogelreservat Wallnau. Das FF-Fahrschutzgebiet Fehmarn-Belt ist ein bei Fehmarn liegendes Wasserschutzgebiet. Geschichte Erste Siedlungsspuren auf Fehmarn datieren aus der Zeit um 5000 v. CHR als einige Fischer, vermutlich die Nachfolger von Rentierjägern, auf der Insel lebten, die damals noch mit dem Festland verbunden war. Etwa 2000 Jahre später entstanden die ersten Ansiedlungen von Ackerbauern. Vor rund 4300 Jahren wurde die Insel vom Festland abgetrennt. In den Jahren von 400 bis 900 N. CHR kam es zur Besiedlung durch Slaven. Die erste schriftliche Erwähnung der Insel datiert aus der Zeit um 960 benannt wurde Fehmarn damals als Fehmär. Das ist auch der Ursprung des heutigen Namens. Im Jahr 1022 wurde die Insel dem Bistum Odensau-Fühnen unterstellt. 1137 fielen slawische Stämme Wagriens in Altholstein ein, woraufhin im Winter 1138 ein Reiterherr von Stormannern und Holsten unter Graf Heinrich von Badeweit in Wagrien einfiel, was die Eingliederung der bis dahin slawischen Gebiete in die Grafschaft Holstein zur Folge hatte. Ab 1143 begann eine planmäßige norddeutsche Kolonialisierung des weitgehend menschenleeren Teils des heutigen Ostholsteins, bis zu dem in dieser Zeit noch stark wasserführenden Oldenburger Graben. Das östliche Wagrien und Fehmarn waren aufgrund ihrer Insellage zunächst noch mehrere Jahrzehnte lang uneinnehmbar. Fehmarn blieb etliche Jahrzehnte ein weitgehend selbstständiges slavisches Autonomiegebiet unter Fürst Priebislav und war dem dänischen König, Tributpflichtig. Ab etwa 1170 begannen Einwanderungen von Siedlerfamilien aus Holstein, Titmarschen, Friesland und Niedersachsen in Fehmarn. Die slavische Bevölkerung wurde zunehmend in feuchtgründige Randgebiete der Insel abgedrängt. Die slavische Bevölkerung Fehmarns ging in den folgenden Jahrzehnten langsam in der Einwandererbevölkerung auf und nahm deren Sprache an. Die ersten Erwähnung eines Gotteshauses bei Putgarden erfolgte im Jahre 1198. Um 1230 wurden dann die Kirchen in Bannesdorf, Burg, Landkirchen und Petersdorf erbaut. Die inzwischen zum Herzogtum Schleswig gehörige Insel wurde 1326 dänisches Lehen der Grafen von Holstein. Als am 28. Juni 1420 der dänische König Erich der Pommer mit 700 Schiffen und 3000 Söldnern vor der Fehmarnschen-Westküste aufkreuzte, konnte er mit Hilfe Lübbs-Tschäer-Bombardis unter erheblichen Verlusten abgeschlagen werden. Nach der Verspottung durch die Fehmarner angeblich mit den Worten »Wendeko kann sie der Spinnen« sei König Erich unser Land gewinnen, gelang diesem jedoch am 1. Juli 1420 bei der Fährschanze am Sunde die Landung. Der gebürtige Fehmarner und Prorektor der Universität Kiel, Christian Kurt Holt, gab 1695 die Zahl der Toten dieser Schlacht mit 4000 an. Schon vier Jahre später gelang jedoch die Rückeroberung durch die Holsteiner und Graf Adolf VIII, förderte eine neue Besiedlung mit überwiegend Dithmarscher-Bauerngeschlechtern. Am 3. Mai 1580 erhielt Fehmarn eine blaue Lehnsfahne mit der goldenen Krone, die noch heute vor vielen Inselhäusern geflaggt wird. Die Krone tauchte bereits Mitte des 14. Jahrhunderts im Wappen auf. Mit der Konformatio Libertatis 1617 wurden die Adelsrechte eingeschränkt und der Insel freies Bauerntum gesichert. 1636 bestätigte der dänische König die Zugehörigkeit Fehmarns zum Herzogtum Schleswig. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde am 29. Juni 1644 das früheste Fehmarnsche Gotteshaus, die Opfer- und Dankkapelle Peter und Paul am Puttgadner Strand, von schwedischen Kriegsschiffen zerstört. Fehmarn unter dänischer Herrschaft. 1713 besetzte der dänische König Friedrich IV. im Großen Nordischen Krieg die noch nicht ihm gehörigen Anteile von Schleswig, so auch die Insel Fehmarn. 1720 wurden dem dänischen König im Frieden von Friedrichsborg die ungeteilten Herrschaftsrechte im gesamten Herzogtum Schleswig zugesprochen. Am 22. August 1721 legten auch die Fehmarner auf Schloss Gotthof den Huldigungseid auf ihren neuen Landesherrn ab. Der dänische König wurde in seiner Funktion als Herzog von Schleswig durch einen auf Schloss Gotthof residierenden Stadthalter vertreten. Die lokalen Verwaltungsinstanzen ließ man jedoch unverändert bestehen. Damit blieb die relativ eigenständige Landschaftsverfassung für Fehmarn erhalten. Es gab keine Leibeigenschaft und ein Adelsverbot. Die Selbstverwaltung in den Kirchspielen nach dem Fehmarn-Schön-Landrecht. Landschaftliche Kriminalgerichte der Kirchspiele selbst überleben und tot. Burg hatte sein lübsches Recht. Es folgte eine 80-jährige Friedensperiode. Die Schiffe konnten unter dem neutralen Danebrook segeln. Die napoleonische Zeit brachte für Dänemark den Krieg gegen England auf der Seite Frankreichs. Es musste seine gesamte Flotte an England abtreten. Auf der Insel Fehmarn kam es jedoch zu keinen Kampfhandlungen. Die Insel verblieb auch nach dem Kieler Frieden vom 14. Januar 1814 beim dänischen Gesamtstaat. 1815 erschien das erste Fehmarn-Schee-Tageblatt unter dem Namen Fehmarn-Schee-Korrespondenz. Am 28. Oktober 1832 wurde der neu errichtete Leuchtturm Marienleuchte in Dienst gestellt. Seinen Namen erhielt er von der dänischen Königin Marie von Hessen-Kassel. Sie soll mit ihrem Ehegatten König Friedrich VI. bei der Einweihung persönlich anwesend gewesen sein. Auf der Südseite des alten Turmes befindet sich das königlich-dänische Wappen. Zum Tode des dänischen Königs Christian VIII. Am 20. Januar 1848 läuteten die Totenglocken auf Fehmarn drei Wochen lang zweimal täglich zwei Stunden. Sein Tod löste den Schleswig-Holstein-Schernkrieg aus bei dem es um eine Loslösung von der dänischen Krone ging. Die deutschgesinnten Schleswiger wollten dem Deutschen Bund beitreten. Die Errichtung einer Fehmarn-Schernküsten-Miliz hatte Kriegsminister Prinz von Nöhr als Mitglied der provisorischen Regierung Schleswig-Holstein dem Gutsbesitzer von Katharinenhof, Baron von Lesen, übertragen. Dieser nahm am 15. April 1848 den dänischen Kapitän von Dürkingholm fest, der aufklären wollte, ob auf der Insel noch dänische Sympathien vorhanden seien. Bei dieser Festnahme wurde ein dänischer Matrose erschossen. Als am 17. Juli 1850 einige hundert dänische Soldaten bei Katharinenhof landeten, Floh Baron von Lesen. Der damalige Fehmarn-Schermann Ludwig Friedrich Karl Wilhelm von Moltke war zwar eigentlich als dänischer Beamter angestellt, hatte aber offensichtlich ebenfalls die Seiten gewechselt und im Sinne der provisorischen Regierung in Kiel 1848 ein Statut zur Volksbewaffnung für, die Landschaft Fehmarn gegen die Dänen unterzeichnet. Der Aufstand führte für die Schleswig-Holsteiner letztlich nicht zum Erfolg von Moltke wurde daher 1851 aus dem Dienst entlassen. Im Jahre 1854 fand am 27. Januar auf dem Köppelberg bei Petersdorf die letzte Hinrichtung nach dem neuen Fehmarn-Schön-Landrecht vor mehr als 3000 Zuschauern statt. Die neue dänische November-Verfassung von 1863 löste den Deutsch-Dänischen Krieg aus. Der ab Februar 1864 von Preußen und Österreich im Namen des Deutschen Bundes gegen Dänemark geführt wurde. Am 15. März 1864 eroberten preußische Truppen Fehmarn, wobei zwei dänische und ein preußischer Soldat getötet wurden. Noch am selben Tag huldigten die Fehmarner auf dem Bürgermarkt in feierlicher Weise dem Prinzen Friedrich VIII. Von Schleswig-Holstein in dem Glauben er werde ihr neuer Herzog. Im Frieden von Wien trat Christian IX. die Herzogtümer an Österreich und Preußen ab. Fehmarn wurde wie ganz Schleswig 1867 preußische Provinz. Damit endete nicht nur die 150-jährige dänische Herrschaft auf der Insel Fehmarn, sondern auch das traditionsreiche Fehmarnsche Selbstverwaltungsrecht. Fehmarn unter preußischer Herrschaft 1864 hatten sich die Herrschaftsverhältnisse auf Fehmarn während des Deutsch-Dänischen Krieges, wie gesagt, gravierend geändert. In den Morgenstunden des 15. März 1864 stürmten 160 Preußen unter Hauptmann Xaver Edmund Karl von Mellenthin die Insel und überraschten die Dänen, die im Hotel Wisser am Bürgermarkplatz residierten im Schlaf. Nach einem kurzen Feuergefecht, das drei Menschenleben kostete, wurde Fehmarn erobert. Ein Fischer namens Friedrich Stüben aus Heiligenhafen hatte die Preußen als Lotze über den Fehmarnsund gebracht und erhielt dafür von Preußen ein Pferd und ein Ehrensold von 10 Mark. Fehmarn kam zunächst unter eine gemeinsame Verwaltung Preußens und Österreich im Auftrag des Deutschen Bundes. Entsprechend den Bestimmungen des Vertrages von Gastein übernahm Preußen 1865 die alleinige Verwaltung. Nach dem Krieg zwischen Preußen auf der einen Seite und Österreich mit dem Deutschen Bund auf der anderen Seite wurde Fehmarn 1867 an Preußen angegliedert und gehörte seither zur Provinz Schleswig-Holstein. Die preußische Gemeindeverfassung wurde eingeführt und Fehmarn dem Kreis Oldenburg in Holstein zugeschlagen. Im November 1872 überraschte eine katastrophale Sturmflut die Inselbewohner. In Ort wurde ein Wasserstand von 2,7 Meter über Normal Null gemessen. Etwa ein Drittel der Insel wurde überschwemmt und viele Häuser wurden zerstört. Im Jahr 1932 sank das Segelschulschiff Niobe vor der Küste des Grünen Brings, woran ein Denkmal erinnert. 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Preußen von den Alliierten aufgelöst. Fehmarn wurde Teil des neu gegründeten Landes. Seit 1949 Bundeslandes Schleswig-Holstein. Am 7. Fehmarn wurde gegen den Willen Stalins durch das Engagement Sir William Strangs Baron of Stonesfield britisches Besatzungsgebiet. Auf der Insel wurde durch die englische Besatzungsmacht ein Kriegsgefangenenlager für deutsche U-Bootfahrer errichtet. 1970 fand zwischen dem 4. und 6. September auf Fehmarn das letzte Konzert des Musikers Jimi Hendrix statt. Später wurde dort ein Gedenkstein platziert. Noch heute werden hier regelmäßige Revival-Festivals durchgeführt. Am 1. Januar 2003 entstand durch die Zusammenlegung der Gemeinden Bannesdorf, Landkirchen und Westfehmarn mit der Stadt Burg auf Fehmarn die heutige Stadt Fehmarn, die das gesamte Gebiet der Insel einnimmt. Infrastrukturgeschichte ab 1905 wurde die Inselbahn erbaut. Schon 1921 begann die Planung für eine Sundbrücke. Einen Meilenstein für die Infrastrukturentwicklung auf Fehmarn stellte der Spatenstich zur Vogelfluglinie 1941 dar, in deren Rahmen 19 Jahre später mit dem Bau der Fehmarn Sundbrücke begonnen wurde. Sie wurde 1963 durch den Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und den dänischen König Fräterik IX. feierlich eröffnet. Noch einmal war Fehmarn von der Außenwelt abgeschnitten. Während der Schneekatastrophe in Norddeutschland 1978 war die Verbindung zum Festland zeitweise unterbrochen und Technisches Hilfswerk und Bundeswehr mussten helfen. Die Nordküste Fehmarn soll durch eine feste Fehmarnbildquerung mit der dänischen Insel Lollern verbunden werden. Bevölkerungsentwicklung Politik Bis Ende 2002 gab es auf der Insel Fehmarn vier Gemeinden. Angeschoben von einigen Gemeindevertretern der Landgemeinden entstand eine Diskussion über eine Gemeindezusammenlegung. Da das Pro- und Kontraquer durch alle Parteien ging, beschlossen die Gemeinden, eine Befragung der Bevölkerung durchzuführen. Die hohe Zustimmung überraschte alle und führte so zur Bildung der Stadt Fehmarn und somit wurde auch Burg das bereits seit dem 16. Jahrhundert Stadtrecht genoss ein Stadtteil der die ganze Insel umfassenden Stadt. Mit der Durchführung der Fusion wurde der einzige hauptamtliche Bürgermeister der Insel, Klaus Tschöschner, beauftragt. Als vereinzelt Befürchtungen aufkamen, dass die neue Stadt mit Klaus Tschöschner, dem damaligen Bürgermeister der Stadt Burg, als Bürgermeister der gesamten Insel zu stark auf Burg ausgerichtet sein könnte, verzichtete dieser auf eine Kandidatur. Als erster Bürgermeister der Stadt Fehmarn wurde der parteilose Otto Uwe Schmid gewählt, der sich unter anderem gegen einen gemeinsamen Kandidaten von CDU und SPD durchsetzen konnte. Das Rathaus befindet sich auf dem Bürgermarktplatz. Die Stadtvertretung hat 23 Sitze. Die Sitzungen finden im Senator-Thomsen-Haus in Burg statt. Gemeindewahlen 2013 während der Legislaturperiode kam es zu mehreren Veränderungen der Fraktionen. Christiane Dittmar trat aus der FDP aus und schloss sich als parteilose Stadtvertreterin der CDU-Fraktion an. Rainer Haselhorst wechselte von der CDU zu den Freien Wählern. Gunnar Mähnert und Hans-Peter Thomsen traten aus der SPD aus und gründeten die WUW-Fraktion. Somit hat die CDU derzeit sieben Sitze, die SPD und FWV jeweils sechs Sitze, Grüne und WUW jeweils zwei Sitze. Gemeindewahlen 2008 Gemeindewahlen 2003 während der Legislaturperiode trat Hartmut Specht aus der SPD aus und war somit fraktionslos. Gemeindewahlen 1998 Gemeinde Bannesdorf 6 SPD 6 CDU 1 Grüne 1 Freie Wähler Stadtburg 9 SPD 7 CDU 1 Grüne 1 Freie Wähler 1 Stadtpartei Gemeinde Landkirchen 10 SPD 4 CDU 3 Freie Wähler Gemeinde Westfemann 7 SPD 5 CDU 1 Freie Wähler Gesamt 32 SPD 22 CDU 2 Grüne 6 Freie Wähler 1 Stadtpartei Blasonierung In Silber über abwechselnd silbernen und blauen Wellen eine freistehende rote Burg aus Ziegelsteinen mit Zinnenmauer, geschlossen im goldenen Tor und zwei blau bedachten mit je zwei rundbogigen Fenstern versehenen Zinnen-Türmen, zwischen denen der rote holsteinische Schild mit dem silbernen Nesselblatt schwebt. Durch Beschluss der Stadtvertretung vom 11. März 2004 steht der neu gebildeten Stadt Fehmarn rückwirkend zum 1. Januar 2004 das Wappen der ehemaligen Stadt Burg auf Fehmarn zur Verfügung. Die vor vielen Häusern wehende goldene Krone im Blauen Meer wurde in ihrem heutigen Aussehen am 3. Mai 1580 Lehnsfahne der Insel Fehmarn. Sie bezieht sich auf das Haus Oldenburg, das damals wie heute das dänische Königshaus bildet. Heutzutage ist sie aber kein offizielles Symbol der Insel mehr und war zwischenzeitlich sogar markenrechtlich geschützt, nachdem sie nicht als Wappen der zusammengeschlossenen Stadt genutzt werden durfte. Ende des Jahres 2007 errang die Stadt Fehmarn einen großen Erfolg. Laut Bundespatentgericht in München darf die goldene Krone im Blauen Meer nicht mehr als Schutzmarke eingetragen sein, sondern ist allgemein gut. Damit ist die Akte zugunsten der Fehmarner geschlossen worden. Partnerstätte Neringa, Ort an der Donau, Rotbi, Religion. Die Christianisierung erfolgte durch König Knut den Großen, der Fehmarn im Jahr 1022 dem Bistum Odensau-Fühnen unterstellte. Die Mehrheit der Bürger gehört zur evangelisch-lutherischen Kirche, die in drei Gemeinden mit Sitzen in Burg, Landkirchen und Petersdorf aufgeteilt sind. In Burg befindet sich außerdem eine römisch-katholische Kirche.